Einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Es ist halbe Infozeit. Ich nenne es einfach mal so, obwohl es kein bisschen Info ist. Es geht um Hommes LP. Bäm! Info. Ich mache ausnahmsweise einmal Werbung für jemanden, den ich privat jetzt schon ein bisschen besser kenne, weil Kumpel von mir durch Schule kennengelernt, grob, ja. Ja, sage ich einfach mal so Schule, wenn falsch liegt Hommes LP, verbessere mich. Ich nenne das Lass LP einfach weg, ist einfacher zu sagen. Also Hommes LP ist ein netter, kleiner, frisch angefangener YouTuber. Der hat bis jetzt nur ein ernsthaftes Instant, äh, ja, Wortfunkenschwierigkeiten vom Verein. Er hat bis jetzt ein großes Let's Play laufen. Also ich glaube, der hat schon vorher ein bisschen was gemacht, also so genau habe ich mich das jetzt auch nicht umgeguckt. Also Applaus, da haben wir sie ja. Ähm, ja, also momentan macht er Prince of Persia The Sense of Time, habe ich ja auch gemacht. Und davor hat er hier so ein bisschen Just for Fun auch World of Warcraft, wie ich sehe. Ich frage mich gerade, ob das ein ernsthaftes Let's Play ist. Das habe ich mir nie angeguckt, ich bin kein großer World of Warcraft-Fan, deswegen, ne. Auf jeden Fall lohnt sich. Er ist am Anfang, ich war am Anfang auch kacke, sogar noch beschissener als er. Also er macht es richtig gut für den Start, finde ich. Und, ja, kann man mal gucken, ne. Da findet er alles, findet auch in der Beschreibung. Der macht sogar Werbung für mich und die GGM, deswegen, ey, finde ich ehrlich, mag ich. Deswegen, hier Werbung für ihn. Er wird allerdings nicht bei uns am Kanal auftauchen, weil da sind immer andere drin gewesen. Und daran wird sich jetzt so schnell auch nichts ändern. Ne, so nebenbei, bemerkt. Und, ja, das ist sein Facebook, da seht ihr mal das Bild komplett. Ich kriege das bei mir nicht ganz hin. Da seht ihr nochmal sein Profilbild, finde ich ganz schön. Und da gibt es auch nochmal ein Danke für 10 Abonnenten und 10 Likes. Yay, einer davon bin ich. Einer von 10, ja. Und da haben wir hier noch ein Part, der ist anscheinend lange am Hochladen gewesen. Also, lohnt sich. Nochmals, lohnt sich. So, drei Minuten nur lohnt sich gesagt. Und sonst nichts dahinter. Also, hier kann man auch mal ein bisschen was sehen und yay. Der guckt sogar meine Parts im Nachhinein, finde ich herrlich. Also, wir verstehen uns super. Ich kann ihn empfehlen und eventuell, sobald wir beide da abgesprochen haben, was ich so ganz heimlich über Steam tue. Da ist er. Es ist so, dass ich eventuell mit ihm was gemeinsam mache. So, als kleiner Spoiler. Ich sag euch dann hier schon wieder auf Wiedersehen und ging ja schnell. Bye. Bye. Bye.